Nebel Marni Ja Ich glaube, das ist ein Anzeichen Guck dir mal diesen merkwürdigen Nebel an Ich glaube, das ist ein Anzeichen für den radioaktiven Sturm Also sieht halt entweder Ne, das sieht halt nach Sandsturm aus eigentlich Schützen Autos vor Sandsturm Und selbst wenn, könntest du Schwierigkeiten haben, dich zu looten Guck dir das mal an, diese Suppe Ich sehe, komm, das Auto aus, third person Ohne Spaß, man sieht das Auto halt teilweise nicht mehr Schatten und dieser... Alter, ich brauch Licht Das Auto hat kein Licht Guck mal, ich hab Licht an Was ist hier die Straße rechts? Ich glaube, ich glaube, hier Aber es hört sich richtig an Hier müssen sie dann doch so leicht links gehen Nein Hey, first person ist noch beschissener Also ich fahre nur nach Gehör jetzt, ne Das ist ein bisschen an den Bäumen An den Bäumen kann man sich orientieren Ja, ja, hier ist die Straße rechts hoch, glaube ich Jetzt müssen wir hier so minimal links Links müsste jetzt die Scheune kommen Oh, ich bin gefährlich rechts Oh, ich bin gefährlich rechts Jetzt habe ich... Ja, Entschuldigung, ich habe die Straße aus den Augen verloren Ich fahre mal... Ey, ich seh gar nichts mehr Screenshot Wohin denn? Oh man, Alter Wohin denn? Links Oh mein Gott Links Oh mein Gott Warte mal, warte mal Scheiße Hilfe Hilfe Die Scheune ist links von uns Warte mal, ich bring mich mal Ich bring mich mal In Position zur Scheune So, jetzt stehen wir parallel zur Scheune Ja, aber du musst den Winkel, glaube ich, weiter nach links Ja, ja, weiter nach links, weiter nach links So ungefähr Weiter nach... Rechts, rechts das Haus, siehst du es? Sehst du da rechts das Haus? Ja, aber du musst weiter nach links Ja Ja Alter Ich, ich, ich Alter Oh mein Gott, weißt du was vielleicht kommt? Ich seh gar nichts Lass uns tauschen Okay Lass uns tauschen Ey, ich seh auch nichts, wenn ich ausgestiegen bin, ne? Bist drinne? Ja, bin ich Das Problem ist, jetzt gleich kommt In die Millibase Fährst du den Winkel hoch Fährst du den Winkel hoch Was, 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 was? Ja, genau da, vor dir ist die... Ne, vor dir ist die Straße Vor dir ist die Straße So? Die Millibase Genau, und jetzt stücke rechts und wieder links Das ist nicht zu fassen, was geht hier ab? Sag mal nicht scheiße, aber sag mal nicht Weiter rechts, weiter rechts Weiter links, weiter links Jetzt, jetzt bist du richtig Vorsicht, Vorsicht, das war jetzt genau die Leitklankenmitte Oh, jetzt...